Vama-Hasta-Bhayankarasana ist die furchtverbreitende Stellung mit der linken Hand. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, eine entspannte, kreuzbeinige Stellung oder auch jede Stellung. Jetzt hebe den linken Arm hoch und zeige die Handfläche nach vorne. Das ist Vama-Hasta-Bhayankarasana. Diese Stellung kannst du zum Beispiel nutzen, wenn ein Hund auf dich zukommt. Wenn du so die Handfläche nach vorne zeigst, dann werden manche Hunde zur Ruhe kommen. Du verbreitest dabei Selbstbewusstsein und Stärke. Du kannst sie auch nutzen, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass alles auf dich einprasselt oder negative Gedanken oder Schwingungen. Dann hebe einfach, vielleicht wenn dich niemand sieht, den Arm hoch und denke, du wehrst alles ab. Vama-Hasta-Bhayankarasana ist auch die Abwehrgeste der linken Hand. Meistens ist natürlich besser, du entwickelst Liebe und Verständnis und Einfühlungsvermögen. Aber manchmal kann auch Bhayankar angemessen sein.